So ihr lieben Freunde, es ist wieder soweit. Ein Jahr ist rum und die Bäume sind wieder voller Früchte und der Boden voller Kartoffeln. Wir wollen wieder zusammen mit euch Ernten mit Freunden machen. Darauf freuen wir uns schon sehr, dass wir Gemeinschaft mit euch haben werden, ihr uns kennenlernt und wir euch. Das Ganze beginnt am Sonntag, den 11. September und endet mit dem Mittagessen am 25. September, auch ein Sonntag. Wie kann man daran teilnehmen? Ganz einfach, man kommt vorbei. Am besten ist es für uns, wenn ihr euch anmeldet. Ihr könnt nur für einen Tag kommen, ihr könnt für die ganzen zwei Wochen kommen. Das müsst ihr so tun, wie es für euch am besten passt. Und wir freuen uns darauf, was wir für Arbeiten haben. Dieses Jahr haben wir nicht viele Äpfel, dafür viele andere arbeiten. Es kann auch sein, dass wir manche Dinge machen, Pflegearbeiten, Implantagen oder auch an unseren Häusern. Seid überrascht und voller Motivation und Freude. Wir freuen uns ganz arg auf euch. Bis dann. Tschüss.